Mein Name ist Eckhard Reichel und ich bin hier, um eine der beiden Live-Kameras für diese Inszenierung zu bedienen. Unser Team besteht noch aus einem Bildregisseur, der die Signale von uns bekommt, per Funk, und auf die entsprechenden Leinwände verteilt. Das heißt, wir haben mehrere Punkte, vier sind es insgesamt, wo die Bilder, die wir erzeugen, hinprojiziert werden. Und außerdem kommen noch vorproduzierte Videoclips hinzu. Also wir sind sozusagen einmal ein dokumentarisches, von außen drauf schauendes Team und manchmal sind wir eine Reportage, sozusagen mehr als mittendrin. Es war meine Lust, halt mit der Kamera die Perspektiven zu finden, die keiner sieht, nicht sehen kann, aus der Seite oder von besonders nah oder sowas. Und die Technik hat sich entwickelt, das heißt, mit diesen Funkstrecken, die wir haben, die relativ stabil sind, können wir sowas tun. Es war ja früher vollkommen unmöglich gewesen, mit dem Kabel über die Bühne zu rennen, ist absurd. Und insofern ist das einfach ein Geschenk.